NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Ey, okay, ich gib mir nach Bü- Nee, du musst aber einfach mal die Idee, du verzeckst es auch nicht weißt du alle reden dir in den Mund rein Und du lässt dich nicht aāā Hey, mein... mh, mit, Lonke also letzter stand der dinger dinge vom konto waren 200 millionen die wir drauf hatten jetzt bin ich mal gespannt 35 millionen mehr schmeckt ja und olaf schön das zino wurde umgebaut mein das da oder ja bei marcel oben im casino mal ganz angeschaut hat ein bisschen auf ete pt getan so ein bisschen als wenn ich richtig geil finde was ich da gesehen habe ja marcel hat stolz mir ja seine neuen tische im casino gezeigt ihr blackjack roulette und poker und etc und dann hat er mich hochgeführt in die penthouse wie der richtige solche penthouse bieten das sieht aus wie ein puff also sieht ich aus wie so ein edelpuff in tschechien mit verschiedenen zimmern und so und strip dies dann die kommen auch noch hin das heißt er will da oben so eine art strip club bordellmischung eröffnen und uns natürlich hier vor ins geschäft wickeln ist ja klar ok ok weil er hat gesagt er würde sich auch über irgendwelche partnerschaften freuen ich habe jetzt erstmal mal so gute miene zum bösen spiel gemacht da musst du ja entscheiden wie wir da vielleicht vorgehen oder ob wir da zusammenarbeiten oder nicht aber er hat richtig wieder einen auf dicke hose gemacht als wenn er wieder der krasseste motherfucker wäre naja und an uns quasi so wieder ein bisschen so weißt du als wenn wir so nix hätten und er jetzt jeder krasseste wäre ja das mag sein aber ich sag dir so wie es ist der ja wir können natürlich uns das mal anhören das ist kein problem aber auf lange zeit hat man nur kopfschmerzen damit ich wollte nur sagen dass er da vorbereitet und et cetera so ein bisschen ein bisschen geguckt was also ab geht was er vor hat et cetera die sind da richtig stolz drauf und keine ahnung aber ist mir auch scheißegal unser laden ist tausendmal schöner ja alles gut ist doch gut das habe ich dir damals auch so habe ich damals was dann auch gesagt das ist doch gut denn es zwei zwei ja alles gut ja ich wollte das nur mitteilen ja alles entspannt ich bin noch von der tür eine kooperation von der kooperation hat selber wir machen das gleich im büro oder das geht hier um den sprit wie man sich nicht entscheiden können war was für eine karre pass auf hier wird so eine rakete in der stadt der hat eine kneipe ja das weiß ich ja den kenne ich genau und der macht auch eigenen alkohol und wir haben da so eine kooperation und dass unser klub einen eigenen wodka bekommt und zwar den titi wodka wir bekommen den natürlich zum einkaufswitz ja so wie gehört habe produziert er aber auch fürs casino den spinjen und da wollte ich habe zu steffi und heeres gesagt dass ich mich dann noch mal mit dir beratschlage aber prinzipiell hätte ich gesagt wir haben jetzt kein böses blut jetzt aktuell mit dem casino so ich bin der meinung wir sind draußen wird hat alles eine daseinsberechtigung so wie das ist wir müssen uns ja nicht bekriegen geld gibt es überall zu verdienen richtig und ich habe zu steffi gesagt dass sie kann mit dem heeres ja nachher mal vorschlagen der soll irgendwie wohl später wieder wach sein das war einfach sagen in unseren beiden etablissements wird halt der spinjin und der titi wodka angeboten aber auch nur in unseren bein ist eine gute sache wir sollten uns sowieso noch mal mit marcel treffen aber mir ist das egal was in seinem schuppen da passiert ob er da schlangen hat und die weiber am tanzen ist mir alles egal da habe ich auch mit dem geredet der hat das also so wie ich jetzt weiß von steffi hatten die das ja nicht vor da jetzt irgendwie ein stripclub oder so was draus machen was steffi mir da jetzt berichtet hat haben die jetzt eigentlich nicht vor uns in sachen stripclub irgendwie konkurrenz zu machen stattdessen wollen die da eher eine kooperation mit uns dass wir sagen zum beispiel wenn die wenn wir zu haben oder an tagen wo wir nicht offen haben und wir haben ein paar ladies da dass wir die denn da private mäßig auf zimmer schicken können und dann kriegen die da noch mal ein paar tenze das wird natürlich dann auch anders honoriert und casino nimmt dann dann kleinen anteil und die ladies kriegen was und wir kriegen was nur das wird dann durch drei teilen dafür ist die summe natürlich auch höher mit privatfahrer der dann dahin fährt oder so habe ich mir das vorgestellt aber das kann ich über den kopf hinweg entscheiden aber dass du natürlich schon heute noch da bis passt ja wenn wir die faust aufs auge wir sagen wir hatten mal die sache und warten dann bist du da bist dass du ihr wollt mit heeres geschäfte machen nicht gefällt dass wir halt einfach so ein geschäftsweig haben dass wir immer wenn er mal dass wir halt wissen wann er aufmacht wann er zu macht dass wir halt aufmachen können und das war hat playboys idee mit dem vodca dass wir sein vodca hier verkaufen und unser wort aber eben warum sollten wir sachen von dem bei uns verkaufen also wir machen ja auch vergleiche wahrscheinlich so aus dem ist das angebot dann aber haben wir nicht nur vodca sondern auch ja so viel weil jetzt hier stehen heute die sanken anwälte von euch jungen ach so ach so ja die im fall war gleich gleich noch möchte ich geschäfte erst mal mit ihm machen wir dürfen ja nicht vergessen was da von uns mal verlangt hat ne ich hab das heute auch mal so gesagt naja dann wenn jetzt das strip club auf das ist halt besser wenn man zusammenarbeitet als gegeneinander zu arbeiten aber ich meine er hat ja auch unser folterkämmerchen kennengelernt der club der hat einfach nicht mehr so rock auf den scheiß vertrauen muss man sich arbeiten ja dieses vertrauen sollte er sich aber arbeiten bevor bevor wir ihn hier bei uns als geschäftspartner oder seine produkte verkaufen muss man mal mit ihm nicht gleich mit den ins bett steigen ich hole ein auto raus und schütteln müssen rum kommen die anwälte sind da willst du dich mit denen vielleicht auch mal kurz kurz schließen die hast du ja noch gar nicht kennengelernt was soll ich denn mit dem belabern ja hallo wir müssen doch mal oder verklären die anwälte wollen mit dir reden die sollen später kommen in zehn 20 minuten genau genau das ding ist ich hab's ja zu euch schon gesagt jungs wir haben so viele möglichkeiten wir haben jetzt guck mal ich habe euch beiden und kalle jeweils wobei ich im nachhinein gedacht habe vielleicht habe ich auch gerade ein bisschen zu viel gegeben ja ich habe 20 millionen jedem 20 millionen in 60 millionen und wir haben jetzt schon wieder das war mal anders vorgestern und werden jetzt schon wieder 136 nee wir haben 230 230 millionen wieder auf dem konto ja ja wieder das ist krass und ja wir könnten nicht wir können mit dem geld viel machen digga verstehst du wie ich mein also ich hab auch ich hab auch so ein gommes in der hand der hat wohl einen guten draht zu leuten hier mit immobilien in der stadt und damit nämlich auch gedacht werden wir da ein bisschen ins immobiliengeschäft mit einsteigen werdet vielleicht auch was also sieht so aus als hätte der vier türen aber steig mal bei den los hat da komm mal her mehrere plätze da oder wie ich hoffe ich steig ein weiter das ist ja dumm gemacht wie wir halten die fahrzeuge jetzt mehr aus ja das müsste ja so sein auf jeden fall muss ich sagen also das war hier heute alle tippitoppi das hat mir also so vom du weißt schon war sehr sehr gut du meinst keine kopfschmerzen ja genau ja keine kopfschmerzen man sieht doch es hat ein bisschen mehr man hat auch mehr augen also olaf was sagst du mit in sachen immobilien oder hast du da irgendwie andere ideen hast du dir schon was überlegt ich weiß nicht wie spannend immobilien hier in der stadt sind ich habe gehört dass hier da so die playboy menschen irgendwie anscheinend die könnten frei werden und ich hab da jetzt einfach mal nur mal frage halber an die tür geklopft man hat dann nicht mal unterhalten kann man sich hier er hat gesagt rechts ranfahren steht einmal rechts ranfahren habe ich gemacht ja dein unmittelbarer zwang fick dir deine mutter jeden fall ist gleich so ein unmittelbarer zwang jo jo man wir sind gerade uns noch unterhalten man habt ihr schlecht gefrühstückt oder was wird es völlig mehr neben euch ich bin noch rechts ran gefahren dann weiter das war doch auch ihre aufforderung rechts ranfahren ja bitte einmal ausbrechen gefahren hallo schönen guten abend jo was ist los können sie sich vorstellen warum wir sie anhalten äh warte nochmal ganz kurz ich denke mal äh hm habe ich äh bedenkzeit für die antwort ähm ich sag sie ein problem wofür gar nicht wenn der telefonjoker wir haben sie gesehen sie sind sie sind gerade einige mal über rote ampeln gefahren zudem noch einiges zu schnell und jetzt wollen wir einfach mal kurz den führerschein prüfen ja und einfach mal schauen also da müssen sie sich aber irren äh ne wir irren uns nicht wir waren zu dritt im auto wir waren auch zu dritt im auto zeigen sie mir doch mal mit ihren führerschein hm sie sind gefahren ne ja also ich würde behaupten da wo der fahrer aussteigt ne vom lenkrad das müsste der fahrer sein wenn ich mich nicht täusche wir leben nicht in england der olaf scharf hm ich gebe ihn mal hinführen sieht das auto aus als wenn man damit zu schnell fahren kann na definitiv sind sie zu schnell gefahren ich gebe ihm mal den führerschein zurück hm sag mal das ding das spiel 80 stunden kilometer wo soll man denn damit zu schnell fahren na wir sind ja hinter ihnen her gefahren wir wissen ja wie schnell sie gefahren sind wie schnell sind wir gefahren auf jeden fall ne 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 sie sind auf jeden fall schneller gefahren wenn sie so nah in unserem arsch dran war und so weit weg dann sind sie höchstwahrscheinlich schneller gefahren das würde ich jetzt mal unterstellen haben sie ein messgerät anstatt videoaufnahme so drehen wir den spieß jetzt nicht um kommen sie einmal beiseite ich gebe ihm mal ein kleines buskel dann können sie auch weiter fahren ok ja das können sie mir auch hier geben oder nicht ja dann müssen wir nur aufpassen dass kein anderer kriegt naja ist ja auch egal ob ich das gekommen das nächste mal einfach ein bisschen langsamer und dann ist es ja gar kein thema ich bin auch millionär das wird gang und gäbe weiter hast du da ne sonnenbrille auf oder was im dienst brille brille bitte kommen sie helfen oder was die brille hat night vision mein bester ich verstehe also so wie man es super vielen dank haben wir auch gar kein problem bitte einfach in der zukunft ein bisschen auf die verkehrsregeln achten ja ja alles klar super schönen Abend noch tschau ich hab noch 98 blitzer offen ist ja auch noch 220 220 ja ich hab nie bezahlt 220 ist ja extrem viel ist das eine pipp oder 136 sogar ja das ist die Stella hier ist doch die kneipe hier ist doch die kneipe mein bester hier von rakete meine fresse kann man nicht einmal aufpassen wo man hinfährt wieso was ist denn los schläfrig meine autos das geht schläfrig siehst doch als kompliment ich stoß dich gerne von hinten das siehst du dann nimmst du hier als kompliment weil das geht mir finanziell immer ist doch gut sag mal weswegen ich angehalten hab wer ist denn die junge dame hier ja 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 da muss ich gestehen mir wurde erzählt dass du jetzt auch Automaten die einbauen möchtest und eine Tanne stange auf keinen fall automaten wollte ich aber seitdem du ich gehört habe dass du jetzt auch welche hast ist weil wir das so langweilig auch noch welche zu haben da will ich dann irgendwie was und ein zocker mäßiges haben also zum beispiel flipper automat oder billiards oder so ich hatte ich hatte wir haben schon umgeschaut dass wir vielleicht sogar dartscheibe zum laufen kriegen oder so ja das geht also ich werde ja wünschen was gehen soll ja das haben wir uns alles für unseren land patentieren lassen da müsstest du dann geld abdrücken nee so läuft das nicht wie so läuft das nicht neben ein laden schon vorher in planung gewesen aber wenn ich möchte schließlich den land auf keinen fall also funktioniert das nicht doch so funktioniert das das kannst du mit anderen leuten machen nicht mehr weil du einmal bei den dings was denkst du bist jetzt hier eine nummer in der stadt oder was ich bin auch nicht weil der nummer in der stadt ja aber ich habe mir sagen lassen die nullnummern oder er fällt drauf und ein ich mach da nur spaß digger ohne zahl in den raum werfen was hältst du von 60 jaja so olaf wird ausgelernt geburtstag wer sowieso nicht gekommen ich habe gehört zu stellen sagen ich war noch nie da drin in dem schub negatzei mal die möhre über die möhre ist das wo es ist die dick tätige milch da alter das ist diese diese frau ihre maschallah der da war richtig die hat aber richtig geile dicke milch die von marcel da der der mir mal empfohlen da würde ich mich reinlegen hast du auch irgendwann mit karaoke geplant ja mal gucken wie gut das hier funktioniert in der stadt aber ja hatten wir auch schon im gespräch da sehe ich mich noch einen raum ranhängen und hier und ach guck mal hier trägt man automatisch aber hier kann man gar kein geld reinschmeißen das läuft noch nicht früher wurde es genutzt um halt mal wenn die wenn irgendwelche fraktionen mal hergehalten dann haben die sich hier unten manchmal ausgesprochen aber ich will das ja alles zum laufen kriegen wenn wir das hinkriegen mit dem billiardtisch dann irgendwas anders hin das wie gesagt oder ich hatte damals vor ihr spielautomaten zu machen weil das casino damals zu selten offen hatte dann wurde das casino ja wieder ins leben gerufen dann dachte ich mir so ja trotzdem so eine solle kneipenspielautomaten nicht casino weißt du sie sagen alten dinger hier weißt du von merkel die ganz alten wurde ich und von der seite die alte book of raar das für aber jetzt das ding ist so kommt ihr habt jetzt auch spielautomaten warum soll ich denn auch noch das gleiche machen dass der beruf wenn man hat wenn man gut wenn die hat oder tifika ja wenn es der andere hier die dinger hinstellen wurden auf 140 hoch drücken kannst kennst du sie noch die guten die post auf ich weiß ja die habe ich alles das ist alles so meine bands die habe ich mir alle hingehangen ich habe drinnen beim reingehen auch noch dings gesehen peter maffay also die iron maiden und judith priest post da fühle ich anders da ja aber jesus priest hast du ein jesus priest hier das müsste eigentlich auch irgendwo hängen das wird traurig wenn nicht egal sagt ihr sowieso die müssen also es kommen auf jeden fall noch mehr das ding ist so dass es so macht man nicht regel zu regeln ist dass das überall einzeln hängen sondern weißt du wie das würde man hier hängen ja dann manchmal doppelt irgendwo wenn man die einen an einer stelle ich komme in zehn minuten bin ich da für bringe ihn mal rein oder gib ihnen getränkt wir kommen sofort das ist gut jungs bis zum nächsten mal danke dir tschau bis nächstes mal danke rakete mach doch auf da jetzt und fahr Mensch schnauze Mann also ehrlich Olof also alter ich dachte immer wieder bis denn Lucky Luke upsala aber eine gute federung hatte der fahrer hat der fahrer hat der fahrer hat der fahrer hat das ich möchte mal ganz kurz festhalten wie geil ist bitte das licht ach jüd jungs jetzt hier ist das hier laber wieder los das zeigt euch ja lass uns kurz fassen ich will den audi kaufen man so mein morgens kanzler ich bin ganz kurz vor brian brooks mein name wir hatten bisher noch nicht die bekanntschaft auch wenn ich mitbekommen habe tatsächlich ja gesehen habe dass ziemlich viel fluss hier im titi twister eingegangen ist finanziell sowie aber auch was ihre belegschaft anbelangt dafür erstmal gratulation freut mich dass sie in so einer kurzen zeit hier sondern schuppen oder so ein etablissement sage ich mal aufrichten konnten gute arbeit ich habe drei themen für die ich gekommen bin zwei werden vielleicht nicht so erfreulich sein aber ist ein thema wird man sich als unternehmer leider auch auseinandersetzen muss und das andere darauf sind bereits ihre rechtsanwälte auf mich zu bekommen erst mal die unangenehmen themen bitte thema nummer eins sind tatsächlich das thema steuern natürlich sage ich mal bieten sie ja gewisse dienstleistungen an die ganz normal mit 19 prozent versteuert werden und an die justiz abgeführt tatsächlich wenn sie hier glücksspiel bewerben möchten oder bewirken möchten ist das kein problem da muss man jedoch eine glücksspiel lizenz gegen einnehmen und wenn ich jetzt einfach mal rate dass sie mit ihrem glücksspiel ein bruchteil dessen einnehmen was es casino einnimmt dann denke ich mal wenn zehn millionen absoluten ordnung millionen die millionen jeden monat wenn die wenn die zahlen stürmen was ich gehört habe wissen ja nicht jeden monat das einmalig wenn die zahlen stürmen ich gehört habe ist dann haben sie hier sehr schnell einen neunstelligen bereich eingenommen und das nicht nur mit ihren dienstleistungen was die damen sage ich mal abliefern und wenn sie das gerne machen möchten wer hat ihnen das erzählt wenn das ist ja sehr gut informiert und ob das stimmt oder nicht ist jetzt ja nebensichtlich erst mal aber ich kann auf jeden fall vorstellen dass solche zahlen recht schnell umkommen können und dafür dürfen sie dann hier legal das glücksspiel betreiben vom glücksspiel jedoch werden 25 prozent glückssteuer abgesetzt das bedeutet jedes mal 25 prozent erst folgendermaßen wird es berechnet wir haben einsicht von der bank wir dürfen bei uns einsicht herbei rufen sage ich mal und darin sind die einnahmen ganz gut wieder gekennzeichnet welche durch leistungen und welche durch glücksspiel generiert werden und daran wird einfach recht simpel ablesen lassen wo was mit 19 prozent und was mit 25 prozent zu dran ist dann halten sie von fünf prozent finde ich klingt sehr fair ja und sie kriegen immer lebt dafür umsonst von unserer besten tänzerin die heißen japan ist das freie einfache ist eine süße das stimmt ja wir haben wir wenn sie wollen können wir auch jetzt netten bekommen wir haben ja ich aber schwach da kann ich überschmacht wir haben sogar sehr viele moni näher so 25 prozent das feste recht wenn ich viel triffen gut hin sie können bei japan aber aber ich muss man mal kurz wegen dem auto gucken entschuldigen sie aber das sind doch geiseln oder nicht doch auch mit dem typen im audi mann der ist weggefahren ich habe hier gerade ein krisenmeeting mit warum gibt es ein paar familiäre probleme ja weil also der onkel statt scheint unter viel stress zu stehen in der arbeit wohl und deswegen also verkümmern andere sachen so weißt du dass ich für deine scheiße dass ich für deine scheiße die du fabrizierst gerade stehe die verkümmern genau was soll das einfach mal die du vertext ist auch nicht weißt du alle reden die in den mund rein alle stecken noch ein bisschen mehr zucker in den arsch rein das geht nicht mehr norbert du musst einfach auch mal die wahrheit vertragen die wahrheit ist dass du nur scheiße baust und gehen in deine scheiße mit rein ziehst und im ende das ist die wahrheit ja oder weißt du was das problem ist was denn in seiner freizeit hängt onkel nur an den scheiß hinten und den ersten von den scheiß titi-twister mitarbeitern anstatt sich mal um seine familie zu kümmern und das sagen alle und nicht nur und nicht nur ich ja und wenn ich mit einer ollen wenn ich mit einer ollen ein bisschen vergnügen habe oder spaß habe auf welcher form auch immer ja heißt das nicht sofort dass ich hier mit irgendeiner rumknacker wenn ich entspanne dann entspanne ich wann hast du das letzte mal was mit der familie gemacht onkel ja vor ein paar tage mit dir zusammen mit dir tessa und der peggy ist doch gar nicht so lange her ja gar nicht so lange her das ist wie eine ewigkeit kommt mir das her jeden tag bin ich mit der familie unterwegs und du lässt dich nicht einmal blicken onkel nee bist du da und jetzt auch noch versuche ich vor olaf grad irgendwie das höflich auszudrücken und du fällst mir hier ey olaf der glaubten polizisten bundeswähler glaubte mehr als einem als mir aber der polizist olaf tos heißt und der bundeswähler und die beide neben dir standen und herr olaf tos das so hart haar genau detailliert mir erklärt hat mit einer telefonnummer mit einem aussehen mit einer handlung jetzt kommst du wenigstens mit namen raus und olaf tos war der nehmlich dem ich gedroht habe und das erste was er macht ist hier irgend als schmarrn erzählen oh du glaubst ihm einfach olaf tos erzählt schmarrn ja dass du gegen den klub hier irgendwelche fakten ermitteln willst um das an die presse weiterzugeben damit wir einen kreisruf kriegen das wird ja das glaubst du das machen du glaubst dass ich das machen würde ja und olaf tos würde das machen natürlich würde er das machen ich habe ihn gedroht seine karriere aufs spiel zu setzen du hast du bist du denn aber kann er meinst du nicht letztens dass du auf norbert scheißt ja im endeffekt scheiß ich auch auf ihn ja fertig hör auf rumzurollen jetzt zieht die leute nur in die scheiße und sein vater ist nicht mal da um sich immer ein bisschen um ihn zu kümmern seine mutter die hurt auch durch die stadt rum anstatt die um sie zu kümmern bin ich die der einzige oder was ich so das gleiche ja das war der falsche wieder voll auf krawall als haben wir habt euch nicht bei vertragen was ist denn hier schon wieder wieder geflogen ja alles gut man ich helfe dir gut man kenne normal ist gerade gestorben er war nicht angeschnallt ach du meine güte dann warte ich ja mag ich noch bis hin jo man was war das denn warum stecken hier zwei autos mit uns auf der straße ich sehe nur ein auto auf der straße ich zwei hier stehen zu sehen eins habe ich komplett weggeschippert Ey, Jo man, du darfst doch aber nur Moped 25er fahren, oder? Was soll das jetzt heißen? Hast du noch Bock auf eine Runde Fortnite später? Das ist jetzt auch sehr frech. Oh, ich schreib mal ein Dispatch. Gehörst du zu einer Fraktion, oder was? Äh, ne, aktuell noch nicht. Hier gibt's auch um die Ecke, die ist da ganz hinten so ein kleines Gebäude, das nennt sich die Teletubby-Fraktion. Da würde ich dich sehen. Da würde ich mich gar nicht sehen. Ne, ich hab mal auch nur Spaß. Jo, bis später in Fortnite, Digga. Ja, tschau. Jo! Moment. Der Kollege war nicht angeschnallt und ist hier ein bisschen mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und hat sich gedreht und ist aus dem Auto geflogen. Wie motiviert er hier mit seiner Sirene durch die Gegend fährt? Was ist da jetzt mit dem Typ mit dem Audi, Digga? Ich versteh nicht, Alter. Was soll denn die Scheiße? Welche Politik fährt er denn, Mann? Äh, Norbert ist gestorben. Was? Wir wollen betroth. Hä? Ist das der mit dem Supersound? Ne. Ach, das ist der, das ist der, das ist der neue, das ist die neue S-Klasse. Das ist die neue S-Klasse, den Bravos Cousin. Ja, sag mal. Wen gehört der? Ja, den kenn ich Digga, der ist Mashallah. Sag mal, Olaf. Was ist denn das für eine Pisse? Hättest du jetzt mal fünf Minuten? Woher geht's denn? Gib mal mal einen Stichpunkt, bitte. Um familiäre Gründe. Moment, ja. So, Olaf. Mhm. Ich hab ganz nasse Hände. Ich bin total nervös. Okay. Du musst, du musst, du musst verstehen. Mhm. Mh. Und da ist mir halt in den Kopf gekommen, in den Sinn gekommen, da ich ja auch mütterliche Gefühle für dich dadurch entwickelt hab, ob ich dich adoptieren kann. Mich adoptieren? Ja. Jetzt kommt mein Partner. Achso, ja, Cousin. Hat auch... Oma kann ganz gut Kekse backen und die schmecken gut Cousin. Ja. Alles gut, oder? Ja, das hast du super gemacht, mein Junge. Aber wenn du mich adoptierst... Ich nehm auch euren Namen an, das ist gar kein Problem. Es hat... Was soll das denn jetzt heißen, Sibylle? Aber wenn du mich adoptierst, dann kann ich ja auch keine sexuellen Sprüche mehr dir gegenüber bringen. Hat der mir gegeben? Ja, guck mal, da möchte ich dir was zu sagen. Wenn ich dich adoptiere... Hm. Ja? Magri, tut mir leid, das hab ich dir vorher nicht gesagt, dass ich einen Haum annehmen werde. Tut mir leid. Und ich stehe hier und will dich unterstützen. Ja? Nee, warte mal, das klären wir gleich. Liebster Olaf, möchtest du mein Sohn werden? Ich sag da gar nichts zu. Ich muss jetzt erstmal weg. Die Zähne fallen noch aus. Ich hab's ja immer gesagt, lass mich in rum mit dieser Gummischen. Dann ruf ich dies. Äh... Äh... Na ja, denk ne Nacht drüber. Gute Nacht, mein Besterchen. Gute Nacht, Olaf. Nacht. Tschüss, Olaf. Lasst euch gut gehen. Kuss. Und in dem Sinne wieder schauen und reingauen. Ich muss euch nichts mit dir mehr drauf an. Ich habe mich der gerade raus, die Leute schauen mal. Ich habe euch vielCon Hubble. Es ist jederzeit encore hands ecc? Schind wird ihr heute reingresist. Und woanders immigrants. Wir